Hallo und herzlich willkommen bei Marissa und die Liebe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Startschuss in den Herbst gibt es heute, der September ist in den Startlöchern und natürlich gibt es heute die Want-to-Read-Liste, sprich die Leseliste für den September. Meteorologisch gesehen ist das der Start in den Herbst und in Tirol war es das jetzt auch mit dem Sommer. Die letzten Tage bzw. der Wochenbeginn war sehr beängstigend. Wir hatten Starkregen und Überschwemmungen und es waren zum Teil sehr gefährliche Situationen. In der Zwischenzeit hat es sich wieder beruhigt, es scheint wieder ein wenig die Sonne und wir nennen das hoffentlich Altweibersommer und genießen noch die Sonnenstrahlen. Ich bin schon ein Herbstfan, ich mag es nur nicht, wenn die Tage immer kürzer werden und dann das Ganze, ich beginne im Dunkeln und ich arbeite bis es dunkel wird. Mag ich nicht, deswegen ist der Frühling meine Lieblingsjahreszeit. Nun geht es aber um die Bücher, die auf der Leseliste für den September stehen. Der September wird bei mir wieder ein bisschen schräg. Ich bin in der letzten Septemberwoche nicht im Lande, sprich ich bin dann in Florenz und anschließend dann in London, also es wird alles ein bisschen komplizierter bzw. kompliziert ist das falsche Wort. Also ja, es wird einfach die Lesezeit ein wenig begrenzt bzw. beschnitten, aber dem ist halt mal so, wenn man ins Ausland fährt. Und ich habe natürlich für all jene, die neu hier am Kanal sind und der gibt es einige, die in den letzten Wochen und Monaten dazugekommen sind, erkläre ich gern meine Leseliste, meine One-to-Read-Liste. Das ist keine, wie soll ich sagen, Liste, die jetzt ewig aufgebauscht wird mit ganz, ganz vielen Büchern. Nein, meine Liste ist klein und übersichtlich und hat eigentlich nur Bücher draufstehen, die ich tatsächlich in diesem Monat lesen will, Schrägstrich muss, weil Leserundenbuch, Rezensionsexemplar oder sonst irgendwie. Also das ist so ein Reminder, dass ich die ja nicht vergessen soll. Wenn ich das alles schaffe, bin ich glücklich. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann fällt mir deswegen kein Stein aus meiner Krone. Aber bisher läuft das mit diesen kleinen, reduzierten Leselisten sehr gut und ich beginne wie immer auch jetzt im September mit den Rezensionsexemplaren. Nummer 1 habe ich von Netgalley bekommen, sprich auch vom Verlag und zwar vom Fischer Verlag wird das sein und ich blende euch das Cover ein. Das Buch erscheint erst Ende September, die Formel der Hoffnung von Lynn Cullen. Im Englischen wird das Buch, das heißt das Buch The Woman with the Cure. Übersetzt wurde das Ganze von Maria Poets und es war dieser Titel, der mich angesprochen hat, plus dem Cover und dann diese Zusammenfassung des Inhalts. Und da hat es ganz viele Aspekte gegeben, die mich neugierig gemacht haben. Wir begleiten in den 30er, 40er Jahren Dorothy Millicent Horstman, die in Nashville in einer Klinik arbeitet und auffällt, weil sie als Frau eine Medizinerin ist, keine Schwester, sondern Medizinerin, ausgebildet mit Studium und allem drum und dran. Und sie ist scheinbar eine sehr, sehr große Frau gewesen. Das Buch, die Geschichte beruht auf der Tatsache, dass Dorothy Horstman tatsächlich an der Entwicklung der Schluckimpfung, also der Impfung gegen Kinderlähmung, wesentlich beteiligt war. Und es gibt jetzt verschiedene Facetten, die mich da so ansprechen. Erstens, es wird die wahre Geschichte dieses Medikaments erzählt. Endlich wird den Frauen die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie tatsächlich auch verdienen. Nicht nur in medizinischen Bereichen, in ganz vielen Bereichen kommen jetzt die wahren Geschichten hervor. Dann ist natürlich die Frage, warum wollte sie unbedingt diese Krankheit heiraten, heilen. Da gibt es sicher einen Beweggrund. Und natürlich, welchen Widerständen sie da begegnen wird, was sie da alles überwinden muss, damit sie da tatsächlich mitforschen kann und da all ihr Wissen und ihr Können einbringen kann. Hat mich sofort gepackt und seien wir ehrlich, das ist unser aller Lieblingsimpfung. Ein Stück Zucker, eine Flüssigkeit drauf und man ist für sein Leben lang oder relativ lange geschützt, um keine Kinderlähmung zu bekommen. Absolut genial, wahnsinnig faszinierend, muss ich lesen. Buch Nummer zwei, das ich euch jetzt zeige, muss ich euch ebenfalls einblenden, ist nämlich auch von Ned Galley ein Rezensionsexemplar vom Eisele Verlag. Und als ich gesehen habe, dass es von Rebecca Mackay was Neues gibt, war das Yay, es gibt was Neues und gleichzeitig es gibt was Neues. Ich bin also hingehergerissen zwischen Hochgefühl und absolutem Horror. Das Buch heißt, ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Im Englischen wird es heißen, I have some questions for you. Und übersetzt wurde es von Bettina Abbar-Bnell. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass Rebecca Mackay ist die Optimisten für mich ein Lebenslese-Highlight war. Wenn es darum geht, besondere Bücher herauszusuchen, dann wird die Optimisten immer wieder mal bei mir zu sehen sein. Und jetzt bin ich so zwischen absoluter Erwartung und eventuell der Möglichkeit, dass mir das Buch nicht gefällt. Aber, die Optimisten bleibt mir ja, und jetzt lasse ich mich mal ganz unvorhergenommen auf dieses neue Buch ein. Es geht um eine Frau, die als Dozentin auf ihr ehemaliges Internat zurückkommt. Bodhi Kane war nicht gern auf diesem Internat. Sie war Einzelgängerin, sie hatte eine Mitbewohnerin und diese Mitbewohnerin, Thalia Keith, wurde ermordet. Und scheinbar ist dieser Mord bis heute nicht aufgeklärt. Sie kommt also zurück an dieses Internat und da gibt es eine Studentin, die einen Podcast betreibt und diesen ungelösten Fall wieder aufnimmt. Und dadurch gibt es natürlich diese Flashbacks oder diese Erinnerungen, was denn damals passiert ist. Es klingt interessant, es klingt wehmütig, es klingt irgendwie traurig und spannungsgeladen, weil was ist damals wirklich passiert? Da kann ganz viel drinstecken. Als nächstes kommt das Gewinnerbuch von Pick My Soup September, dem Community Voting. Und das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Büchern und das ging dann eigentlich sehr, sehr knapp aus. Es war 33% zu 36% und ich hätte nicht damit... Also wenn man mir gesagt hätte, such dir eines aus, ich glaube nicht, dass ich daran geglaubt hätte. Und zwar von Lexi Ryan, Curd of Sun, erschienen im Carlsen Verlag, übersetzt von Friedrich Pflüger und Violetta Topalova. Es ist der erste Teil dieser Reihe und im Original heißt das Buch These Hollow Wolves. Der zweite Teil ist, glaube ich, gerade erst erschienen und es geht um eine junge Frau, Brie, die die Fae hasst. Sie ist Diebin, macht das anscheinend recht gut und dieser Hass auf die Fae hat sicherlich eine Ursache, hat sicherlich einen Grund und ihre Schwester wird dann, glaube ich, an den Hof des Königs der Fae verkauft und sie will unbedingt ihre Schwester retten. Und muss dadurch scheinbar verschiedene Pakte oder zumindest einen Pakt schließen mit jemandem, den sie nicht mag. Wir haben hier eine Fantasy Enemies-to-Lovers-Geschichte wahrscheinlich und hat mich jetzt wirklich überrascht, dass es das geworden ist. Und ich kenne Lexi Ryan schon von früher. Sie hat da eine Contemporary Romance gehabt vor sicherlich acht, neun Jahren. Und die mochte ich sehr gern und jetzt bin ich sehr gespannt auf Curd of Sun von Lexi Ryan. Also dieses Gewinnerbuch sollte im September dann auch gelesen werden. Im September gibt es eine Leserunde von Beate AK Nerd Lounge und unserer Freundin Lisa. Wir versuchen das ja immer wieder sehr regelmäßig zu machen. Funktioniert in diesem Jahr eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir sind nicht jeden Monat gemeinsam bei einem Buch, aber wir versuchen es zumindest. Und für den September haben wir uns eine aktuelle Neuerscheinung ins Auge gefasst. Von John Mars' The Marriage Act Bis der Tod euch scheidet erschienen im Heine Verlag und übersetzt wurde es von Felix Meyer. Im Original heißt das auch The Marriage Act und laut dieser Schrift da hinten schließt mit The Marriage Act an seinen internationalen Megaerfolg The One an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass das heißt, dass es eine lose Fortsetzung ist von The One oder nur heißt, es soll so erfolgreich werden wie The One. Ich weiß es nicht. Ich mag John Mars' Gedankengänge, seine Grundvoraussetzungen, die nah an der Wirklichkeit liegen und irgendwie das Gefühl geben, es könnte tatsächlich so sein. Wir sind in einer englischen Gesellschaft, die beschlossen hat oder bemerkt hat, dass anscheinend verheiratete Menschen glücklicher, zufriedener, ruhiger, weniger aufständig und so weiter sind und hat beschlossen, diesen Smart Marriage Act einzuführen. Heißt, wenn man diesen Act unterschreibt, erklärt man sich einverstanden, dass ein Algorithmus seinen Partner sucht. So habe ich das jetzt verstanden. Und damit als verheiratetes Paar bekommt man bessere Wohnorte für die Kinder, die da aus dieser Ehe hervorgehen, bessere Schulen. Wahrscheinlich sind damit auch Steuervergünstigungen verbunden, was weiß ich. Und aus verschiedenen Perspektiven wird nun diese Geschichte oder diese Möglichkeit erzählt. Und ich habe das irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr wo gelesen. Ah ja, da. Wo haben wir es denn? Anscheinend gibt es einen Serienkiller, der sich als Paartherapeut versucht. Das ist so eine Geschichte. Okay, das klingt richtig gruselig. Ich mag John Mars. Selbst wenn seine, also The One war für mich wirklich großartig. The Passengers. Also ich mochte das Buch sehr. Ich mochte die Idee dahinter. Hat meine Einstellung zu selbstfahrenden Autos komplett verändert. The Watchers war vielleicht ein wenig zu futuristisch und ein wenig zu ins Detail verliebt. Aber schlussendlich mag ich einfach diese Gedanken, diese Voraussetzungen, die da entstehen und wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich total. Ich erhoffe mir Großartiges von diesem Buch. Das letzte, das ich euch jetzt zeige, ist mein Tirolier Buch-Abo. Ich habe ja eines abgeschlossen für ein Jahr und alle zwei Monate bekomme ich was Neues. Und im August war dieses hier dabei und zwar von Rachel Linden, dreimal du und ich erschienen im GTV Verlag. Übersetzt von Charlotte Lungstraß-Kapfer. Und im Original heißt das Buch The Magic of Lemon Drop Pie. Finde ich interessant. Wird sicherlich einen Hinweis geben, warum das mit Lemon Drop Pie in Verbindung gebracht wird. Es geht um Lolly. Der Name ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, das muss ich jetzt zugeben. Die ihre Mutter verloren hat und das Familienrestaurant weiter betreibt. Und sich aber immer wieder die Frage stellt, ist das okay? Irgendwie hat sie wahrscheinlich das Gefühl, dass das nicht so verläuft, wie sie sich das vorstellt. Und findet eine, ich nehme mal an, eine Bucketlist aus ihrer Jugend. Und sie bekommt dann ein besonderes Geschenk, indem sie an die drei Tage wieder erlebt und dort Entscheidungen verändern kann. Ich mag solche Voraussetzungen. Ich mag ja Was-wäre-wenn-Geschichten. Ich empfehle da auf jeden Fall wieder die Sonnenblumentage von Frieda Bergmann und Die Neuen Leben der Rose Napolitano von Donner Freitas, genau. Und ich mag das. Und das erscheint mir ähnlich. Und es ist ein wunderschönes Buch. Also ich mag das Cover, obwohl es grün ist. Und ich mag die Voraussetzung. Ich mag die Grundvoraussetzung dieses, was würde ich tun, wenn ich tatsächlich an drei entscheidenden Tagen etwas verändern könnte. Wie würden sich meine Leben darstellen? Diese Möglichkeit, entweder diese drei Leben, diese Parallelleben, würden sich dann zu einem wieder fangen und man ist wieder am Ausgangspunkt. Oder man präferiert eines und kommt dann als Leserin drauf. Nein, das will ich jetzt doch nicht. Also ich glaube, dass das wirklich toll wird. Das waren meine fünf Bücher auf meiner Want-to-Read-Liste für den September. Es ist ein Rezensionsexemplar noch auf dem Weg zu mir. Das wird kommen rund um den Erscheinungstag. Ich blende euch kurz das Cover ein. Und zwar Kein guter Mann von Andreas Izquierdo. Erscheint im DuMont Verlag. Da ich nicht weiß, wann es kommt und wie sich das mit meinem Urlaub ausgeht, habe ich es jetzt einfach. Es ist ein inoffizielles Buch. Wenn es da ist, werde ich es natürlich lesen, weil es mich wahnsinnig interessiert. Ich mag den Autor ja sehr gerne. Er schafft es, verschiedene Genres zu dominieren und richtig gut zu beschreiben. Egal historisch mit seiner Wege der Freiheit Trilogie oder eben Romanen. In dem Fall haben wir einen älteren Herrn, der knapp 60 ist, Postbote ist und nennen wir ihn Grummelig ist. Und dann schließlich versetzt wird in ein Postamt für nicht zugestellte Post bzw. auch Briefe an den Weihnachtsmann. Und dort stößt er auf Briefe an Gott von einem Jungen, der sich nichts wünscht wie eine Playstation, ein Fahrrad oder sonst irgendwas, sondern er wünscht sich, dass er einen Klempner anrufen kann. Und es macht mir Gänsehaut, weil ich mir denke, okay, wenn du 10 bist und du wünschst dir, ich möchte bitte einen Klempner anrufen, was geht da schief? Das waren meine Bücher für den September. Ich glaube, eine richtig tolle Mischung. Da war ja fast alles dabei. Bei Thriller, Fantasy, Liebesroman, Romane auf Tatsachen beruhen, ich bin eigentlich recht zufrieden mit meiner Auswahl. Wie findet ihr die Auswahl? Habt ihr eines von den Büchern oder mehrere schon gelesen? Und vor allem natürlich, welche Bücher habt ihr vor, im September zur Hand zu nehmen? Gibt es da irgendeine Neuerscheinung, auf die ihr euch ganz besonders freut und sagt, ja, die will ich gern lesen und zwar sofort und jetzt und auf der Stelle? Gebt mir gerne Bescheid, schreibt das unten in den Kommentaren dazu. Freut mich über all die guten Tipps, die ich jetzt noch bekommen werde. Mit diesem, wie ich hoffe, nicht allzu langen Video wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes, bleibt gesund und vor allem sucht auch guten Lesestoff. Bittach, bis bald! Bittach, bis bald!